Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video über XRP und Matic. Ihr habt euch Matic als zweiten Coin gewünscht, XRP kommt sowieso jede Woche. Deswegen schreibt unten gerne schon mal in den Kommentaren, was ihr euch nächste Woche wünscht als zweiten Coin neben XRP. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie gesagt, unten Kommentare da lassen, einfach auch für den Algo, würde mich freuen. Gut, und dann starten wir wie gehabt mit XRP. XRP, schönes Breakout, nachdem wir hier wieder ewig in unserer Range hier vergammelt sind, muss man schon ganz ehrlich dazu sagen. Wir haben darüber gesprochen, wir müssen diese Hochs rausnehmen. Wir haben jetzt den ersten Step gemacht. Wir haben die erste Ineffizienz bei ungefähr 40 US-Dollar-Cent rausgenommen. Also sieht sehr, sehr schön aus. Auch der Pump mit sehr, sehr viel Volumen hier rein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ganz kurz den Indikator noch dazu anmachen. Auch eine Vector-Candle hier unten erst einmal gebildet. Die müsste dann zumindest auf den kleineren Timeframes dann nochmal eine Vector-Candle ausgebildet haben. Also sehr, sehr gutes Zeichen hier erst einmal. Trotzdem, so ein kleines Aber müssen wir trotzdem dazu sagen. Denn wir haben hier noch zwei Ineffizienzen vor uns. Eine bei ungefähr 0,42,34 und eine genau bei 0,43 US-Dollar-Cent. Das sind aber trotzdem noch die Ziele. Das heißt, XRP könnte auf jeden Fall noch 3 bis 4 Prozent nach oben hin pumpen, um die Ineffizienzen rauszunehmen. Und dann müssen wir schauen, wäre erst einmal ein Short-Entry empfehlenswert. Und dann, wohin würde das Ziel gehen? Also wenn wir jetzt hier hochgehen würden bei 0,43, auf jeden Fall in den Bereich der 0,39 US-Dollar-Cent. Das wäre jetzt zumindest kurzfristig mal ein Ziel, dass wir zumindest die ehemalige Range, die wir hier gebildet haben, nochmal als Support testen. Das gleiche Spiel kennt ihr ja, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz den Daily Chart angucken. Von diesem Breakout, was wir hier drüben hatten, schönes impulsives Breakout, aber auch hier nochmal diese ehemalige Range getestet. Das möchte ich hier bei XRP eben auch nochmal sehen, dass wir wirklich hier nochmal diesen Retest vollziehen. Und dann hier möglicherweise, wenn der Retest hält und die News weiterhin bullish sind, in Richtung 0,56 US-Dollar-Cent pumpen. Was bringt mich dazu, dass es ein bisschen bullischer ist? Wir haben ja schon diese Woche darüber gesprochen. XRP beantragt eine Kryptolizenz in Irland. Sehr, sehr bullisch meines Erachtens nach. Man versucht hier wirklich diesen Step in die EU wieder reinzubekommen, nachdem in London schon ein Hauptquartier war. Beziehungsweise die in London ja schon Büro hatten. London, aber aufgrund EU-Brexit, beziehungsweise Großbritannien-Brexit, nicht mehr in der EU ist. Sucht man sich halt jetzt einen neuen Partner und da ist Irland mit dabei. Und in Irland sitzen sehr, sehr viele Firmen, beziehungsweise wurden sehr, sehr viele Kryptolizenzen schon beantragt. Außerdem gab es hier noch bullische News, was gegen die SEC spricht. Also es wurden hier Unterlagen deutlich weniger eingereicht, also Amicus-Briefe. Nur waren eigentlich 14 Stück geplant, aber es waren dann doch ein bisschen weniger. Also die News an sich sind sehr, sehr bullisch, zumindest was bei XRP abgeht. Größere Timeframes, wie gesagt, wir müssen diesen Trend erst einmal brechen. Beziehungsweise noch einmal bestätigen, wäre wirklich bullisch. Und diese 0,43 nach eben diesem Retest noch einmal rausnehmen, aber auch mit deutlich, deutlich mehr Volumen. Ansonsten, der Up-Trend, den wir hier unten gebildet haben, der hält, der würde auch nochmal Potenzial bis ungefähr 0,37 gehen. Aber wie gesagt, dann wären wir nicht mehr an unserem Up-Trend und das wäre kein gutes Zeichen. Beziehungsweise halt an unserer Range wären wir dann nicht mehr. Und das wäre, wie gesagt, kein gutes Zeichen. Also es wäre jetzt schon wichtig, dieses Breakout wirklich nachhaltig zu gestalten. Das heißt, wirklich dieses Breakout bis 0,43, Retest und dann mit neuen Schwungen neue Hochs zu bilden. Und dann schwebt ja noch die ganze Zeit das Gerücht mit der SEC, dass hier doch nochmal eine Einigung jetzt so langsam aber sicher kommt. Also es kommen so langsam wieder bullische News. Trotzdem, Nachkaufzone ist weiterhin einfach dieser Bereich zwischen 0,40 und 0,30. Das ist die riesige Range, die wir seit Monaten immer wieder besprochen haben, beziehungsweise immer wieder besprechen, die sich zur Akkumulation eignet. Und die hat auch sehr gut in den letzten Wochen und Monaten gehalten. Also das bitte mal im Blick behalten. Heißt es nicht, dass wir jetzt wahrscheinlich sofort Richtung 1 Dollar gehen, aber längerfristig ist es eine Möglichkeit, solange wir hier langsam diese Hochs rausnehmen und solange hier ein bisschen mehr Volatilität reinkommt. Und was ein bisschen auffällig ist, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart, ihr seht es hier drüben in dieser Seitwärtsphase, in dieser Range-Phase, sehr, sehr wenig Volumen. Und dann sehen wir, okay, einmal dieses Breakout mit sehr, sehr viel Volumen und dann wieder ein bisschen abnimmt, aber immer noch mehr Volumen, als wir hier diese ganze Seitwärtsphase. Also das Volumen kommt langsam immer mehr wieder in XRP rein, was auf längere Sicht erst einmal ein gutes Zeichen ist für uns. Und wie gesagt, die News sprechen dann auch wieder einen Teil für sich. Gut, soviel zu XRP. Also wir gehen jetzt nicht Richtung 2 Dollar nächste Woche schon, auch wenn das, ja, auch wenn die Videoüberschrift das wahrscheinlich wieder sagen wird von mir. Aber gut, verzeiht mir, wenn es Richtung 2 Dollar geht, werde ich euch das auf jeden Fall frühzeitig sagen. Und dann kommen wir auch schon zu Matic. Matic, extremer Hype die letzten Wochen, nachdem Instagram, also Meta-Partnerschaft, sag ich mal, veröffentlicht wurde. Jetzt gab es wieder News mit Google, die sich, glaube ich, noch nicht bestätigt haben bisher, aber den Kurs deutlich Auftrieb gegeben haben. Und wir haben darüber gesprochen in den letzten Videos immer wieder. Diese grüne Zone wäre wünschenswert, zumindest ein tieferes Tief. Das haben wir nicht ganz erreicht. Also hier ist weiterhin noch ein bisschen Vorsicht. Wir machen mal ganz kurz die Vector-Candles an auf dem 4-Stunden-Chart. Wir haben hier unten zumindest keine mehr. Wir haben uns die auf den 4-Stunden-Chart geholt. Dann ganz kurz der Blick in den 1-Stunden-Chart, einfach um zu gucken, wo liegt die Liquidität. Und da haben wir hier unten auch keine. Also schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben keine Vector-Candles mehr nach unten gebildet. Der Kurs konsolidiert also jetzt hier ein bisschen auf normalem Niveau bei 0,83 Dollar Cent. Trotzdem, kurzer Blick mit dem FIP-Level noch dazu. Eignet es sich hier möglicherweise im Long einzugehen? Hier in dieser Zone auf jeden Fall nicht. Möglich wäre es bei ungefähr 0,81 bis, ich sage es mal, 0,80,80. Hier liegt das Golden Pocket dieser gesamten Aufwärtsbewegung momentan. Ein tieferes Tief wäre wahrscheinlich noch im Bereich des Möglichen. Hat einfach den Aspekt, wir haben noch einen RSI, der auf einen 1-Stunden-Chart zwar schon am überverkauften Bereich kratzt. Trotzdem haben wir immer noch ein bisschen so Downside-Potenzial. Die Richtung ist klar, wir haben den Downtrend auch noch nicht gebrochen. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall nochmal in dieses Golden Pocket kommen. Und das wäre auch das Wunschszenario, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, hier nochmal runter und dann eben das Breakout und dann versuchen, ein höheres Hoch zu bilden. Weil das fehlt uns momentan noch. Wir haben zwar hier dieses Hoch rausgenommen, aber auch wieder nur per Wig. Und das ist eben dieses Fatale daran. Wenn wir wirklich ein höheres Hoch bilden, dann möchte ich mindestens auf einen 1-Stunden-Chart, besser wäre sogar auf dem 4-Stunden-Chart, einen höheren Close sehen. Nicht nur den Wig darüber, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Wig bringt uns eigentlich gar nichts, erfischt einfach nur die Liquidität für die Shorts. Und dann gehen wir eben wieder runter. Das ist genau das Szenario, was wir hier eben sehen. Deshalb hier ein 4-Stunden-Close über 88,36 wäre zumindest der erste Schritt. Wir machen mal hier eine blaue Linie rein. Und dann der zweite Close wäre dann wichtig hier oben bei ungefähr 0,90, fast genau glatt auf den Dollar-Cent genauer. Also das wären so die zwei Wunschszenarien, die wir auf jeden Fall halten müssen, beziehungsweise auf die es wirklich dann ankommt, zu halten. Und wenn wir das dann schaffen, dann sieht das Ganze für Matic wieder deutlich, deutlich bullischer aus. Klar, wir waren jetzt hier schon zuletzt bei ungefähr mal 1,30 Dollar. Also Korrektur hat eingesetzt. Aber auch aufgrund der Partnerschaften, die jetzt hier geplant sind, sollte da wirklich noch was mit YouTube kommen. Oder vielleicht habe ich es auch schon nicht gesehen oder so. Aber dann wäre es wirklich extrem, extrem wichtig, vor allem in dem Bärenmarkt, Partnerschaften zu knüpfen mit Unternehmen, die längerfristig wirklich stark sind. Und YouTube ist einfach Haupt-Video-Plattform. Und da wird wahrscheinlich zukünftig noch viel, viel mehr kommen. Deswegen auf jeden Fall hier im Blick halten, weitere Nachkaufzonen. Wir blicken noch ganz kurz auf den Daily Chart, damit wir auch die größeren Timeframes einmal abgedeckt haben. Und danach sieht es jetzt auch nicht wirklich bearish aus. Klar, wir haben dieses abnehmende Volumen. Aber das hat natürlich nach diesem Hype, den wir hier oben hatten, auch nicht wirklich was zu sagen. Das tiefere Tief, das kratzt noch so ein bisschen meiner Meinung nach, weil hier sehr, sehr viel Volumen unten liegt. Also die Chance, dass wir nochmal Maximum Richtung 0,75 US-Dollar-Cent gehen, ist nicht gerade niedrig. Und das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Je nachdem, was es zuerst kommt, schaffen wir es nicht, den Downtrend zu brechen. Ist wahrscheinlich eher das Ziel hier die 0,76. Kommen vorher wieder neue Partnerschaften raus. Ja gut, dann ist es einfach nur wichtig, die 0,90 mit einem 4-Stunden-Close. Am allerallerbesten wäre es sogar ein Daily-Close darüber zu kriegen. Und dann haben wir zumindest diese kurze Downtrend-Phase erst einmal durchbrochen. Dann müssen wir gucken, ob wir dann hier oben bei 1,30 Dollar kein Doppeltop reinkriegen. Gut, das war es dann von mir. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wieder irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, die wir uns nächste Woche angucken sollen, zusätzlich zur XRP, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare rein. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.